Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von BAUFORUM24 TV. Unser großer Akkuschrauber-Test geht in die nächste Runde. Der heutige Kandidat ist der Hitachi DS18DSDL. Was er so drauf hat, ob er mit Kollegen wie der 10x400er oder sogar noch mehr klarkommt, das seht ihr jetzt. Wie bei uns üblich, findet ihr alle Infos zu den Geräten, alle Links unten in der Beschreibung. Ebenfalls auch die Kapitelsprungmarken, um direkt zu den einzelnen Sachen zu springen, die euch insbesondere interessieren. Hitachi ist für viele vielleicht eine relativ unbekannte Größe auf dem Markt der Elektrowerkzeuge. Aber Hitachi ist ja ein Riesenkonzern. Die machen nicht nur Werkzeuge, die machen viele andere Sachen. Unter anderem zum Beispiel auch Baumaschinen. Treue Zuschauer unseres Kanals kennen natürlich Hitachi-Baumaschinen. Aber wie gesagt, es gibt auch Elektrowerkzeuge, Akku-Werkzeuge in diesem Fall auch. Und das Ganze heißt dann offiziell Hitachi Koki und kommt aus Japan, wobei der Kollege hier in China produziert wird. Und was vielleicht viele nicht wissen, Hitachi hat vor kurzem, ich meine 2016, Metabo übernommen. Das heißt, die Geräte sind grün. Und wo haben wir es? Die Geräte sind auch grün. Das sind quasi jetzt Geschwister, kommen aus dem gleichen Hause entsprechend. So, aber wir wollen uns ja heute mal diesen Kollegen anschauen. Und was hat es damit auf sich hier? Das ist ein relativ uriges Gerät. Ich habe nämlich, als ich die Dispo gemacht habe, angefragt. Und da hatte Hitachi noch keinen Brushless in der 18-Volt-Klasse. Mittlerweile gibt es den. Der heißt dann auch BL am Ende. Die Geräte hat deutlich bessere Leistungswerte. Aber wir haben eben jetzt dieses Gerät, den regulären konventionellen Bürstmotor. Schauen wir uns den mal an. Und wie immer fangen wir mal an mit Lieferumfang und der Verpackung. Die Verpackung macht auf mich einen recht guten Eindruck. Und sieht so ein bisschen spacig aus. Das Grün hier, die Kanten hier oben, Markenlogo aufgedruckt, beziehungsweise nicht nur aufgedruckt, sondern auch geprägt oder gegossen, wie auch immer. Also steht ein bisschen vor. Dann innen drin haben wir hier ein Schaumstoffinlay, um das Ganze ein bisschen abzupolstern, dass es nicht zu sehr wackelt in dem Koffer. Und das Inlay, was wir hier haben, das ist ein reguläres von diesen Plastik-Inlays. Bin ich nicht so ein Freund davon. Es gibt ja mittlerweile ein paar Hersteller, die das hier auch geschäumt anbieten. Und was sich immer wieder in unseren Tests zeigt, selbst bei Testgeräten, die gerade frisch vom Hersteller geliefert worden sind, ist auf dem Versandwege schon mal das ein oder andere Mal hier so ein Inlay auch gebrochen. Spricht eigentlich nicht so für sich, aber es gibt auch Zuschauer, sieht man ja in den Kommentaren, die sagen, keine Probleme. Im Inlay selber jetzt hier hat der Zweithandgriff Platz, dann der Schrauber. Hier passt der zweite Akku rein. Hier ist Platz fürs Ladegerät. Und unter dem Ladegerät ist noch ein bisschen Platz für ein paar Bits etc. So Kleinkram. So ist er verriegelt. Ich kann hier oben den Griff nutzen. Hier vorne habe ich leider keinen Griff. Und wer sich diese Verschlüsse anguckt, die man auch so nach oben schieben kann, der könnte jetzt auf die Idee kommen, dass die Hitachi-Boxen kompatibel sind mit folgenden Boxen. Nämlich die von Festool und die Makita Magpacks. Die sind an sich kompatibel, zumindest teilweise. Jetzt kann ich das als Kombi tragen. Festool geht auch, aber habe ich euch auch schon im Festool bzw. Makita Test gezeigt. Die kann ich hier unten fixieren. Aber die Festool-Systeme haben hier oben keine Klammern. Das heißt, ich kann die Festool-Boxen immer nur on top nutzen. Stichwort Ökosystem, Akku-Ökosystem. Wir haben ja hier ein 18-Volt-System und Hitachi ist im 18-Volt-Bereich einigermaßen gut aufgestellt. Nicht außerordentlich gut aus meiner Sicht. Du bekommst relativ viele Werkzeuge, auch so ein paar Exoten im 18-Volt-Bereich, wie ein Gewindestangenschneider, eine Akkubandsäge, also als Handgerät, dann auch einen Stiftnagler oder auch Blechscheren. Alles das gibt es. Allerdings ist die Auswahl an 18-Volt-Akkuschraubern relativ beschränkt. Wenn man zum Beispiel mal vergleicht mit Makita, wo es relativ viele 18-Volt-Geräte gibt oder auch bei Bosch gibt es ja nicht nur einen 18-Volt-Akkuschrauber. Hier bei Hitachi gibt es derzeit, zumindest in Europa oder Deutschland, den 18-Volt in der Non-Brushless und dann jetzt aktuell die Brushless-Variante. Andererseits hat Hitachi auch Gartengeräte im Programm, wie zum Beispiel Laubbläser oder Heckenscheren. Darauf was ganz Interessantes, nicht für das 18-Volt-Sondern für das 36-Volt-System. Die haben so einen Rucksack, den kann man sich aufschneiden. Dann hat man irgendwie, weiß ich was war das, über 1000 Wattstunden Energie, wenn du jetzt mit einem Laubbläser zum Beispiel durch den Park rennen musst und da ein bisschen aufräumen. Also im professionellen Bereich natürlich. Dann entsprechend für sowas ist das gedacht. Aber ansonsten relativ überschaubar. Wir haben hier noch ein 18-Volt-Baustellenradio. Finde ich, sieht sehr spacig aus. Macht auch so irgendwie vom Eindruck mit der Dämpfung hier und dem Rahmen drumherum durchaus Sinn. Ich habe euch das bereits schon mal gezeigt mit dem Michael zusammen in unserem Baustellenradio Talk. Blenden wir euch gerade mal oben ein den Link. Schaut euch das nochmal an. Da haben wir das hier mal kurz vorgestellt. Ja und was wir gerade hier haben, den zeigen wir ja auch nochmal bei Gelegenheit, ist eben auch hier so ein 10-8er kompakter Schrauber. Wie immer haben wir auch bei Hitachi geschaut, wie sind die aufgestellt im Bereich Social Media, eigene Website, YouTube-Kanal und da fiel uns erstmal die Website auf. Die ist relativ sachlich, jetzt nicht total flashy oder überladen. Also ich bekomme eigentlich funktionell alles so, was ich benötige, inklusive Exklusionszeichnungen für Ersatzteile, Bedienungsanleitungen und Infos, Datenblätter zu den entsprechenden Maschinen. Was mir teilweise auffiel, ist, dass die Navigation an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz logisch war. So musste ich zum Beispiel in Untermenüs, um dann einfach nochmal in Untermenüs, um dann letztendlich ins Produkt, in den Produktbereich zu kommen. Thema YouTube, da habe ich ein paar Videos gefunden, das war aber zumindest kein eigener Hitachi-gebrandeter Kanal, sondern sah mir eher aus wie ein Kanal von einer Filmproduktion oder irgendwas, die dann einfach die Videos dort hochgeladen hatte, wahrscheinlich im Auftrag. War auch kein Impressum dort zu finden, aber das waren schon offizielle Videos offensichtlich. War aber relativ überschaubar, ging meistens eher so in den Bereich Werbung, keine Anwender-Videos. Im Bereich Facebook und Social Media, auch da hatten wir wieder eine Anfrage gestellt. Wir haben aber auch nach Wochen keine Antwort bekommen, keine Reaktion. Dafür einen Daumen runter. Wenn man Facebook hat, dann sollte man dort auch die Ressourcen haben, auf Anfragen zu antworten. Der Facebook-Channel an sich, der deutschsprachige, der ist schon irgendwo gepflegt. Da habe ich letztens zum Beispiel Bilder gefunden vom Hitachi-Stand auf der Demopark. Demopark, falls ihr nicht wisst, guckt mal da oben in den Link. War ich, habe mal ein bisschen rumgeguckt. Ja, also von daher, so durchwachsen im Prinzip im Web, finde ich einigermaßen alles, was ich brauche. Aber darüber hinaus schwächeln die Kollegen ein bisschen. Interessant auch, ich habe ja beim letzten Mal, glaube ich, oder war es in den News gefragt, wie ihr das seht, ob das für euch wichtig ist. Und die Mehrheit, denke ich, hat geschrieben, dass es schon wichtig ist, die Wege der Kommunikation, also wie die Zuschauer, die Hersteller kontaktieren, ob über Social Media oder die Webseite direkt, das unterschied sich so ein bisschen. Aber generell wird das schon gefordert, dass der Hersteller einfach auch dort präsent ist. Und ich glaube auch, dass Facebook mehr und mehr einfach auch einen Support-Channel für die Hersteller darstellt, wo Kunden, Anwender einfach Support-Anfragen stellen und gar nicht mehr über die Webseite gehen, weil das Facebook ist irgendwie ein bisschen direkter und die Leute versprechen sich, glaube ich, auch da ein schnelleres Feedback seitens der Hersteller. Aber jetzt wollen wir uns mal dem Gerät selber widmen. Allgemeines, ja, erster Eindruck von dem Akkuschrauber hier. Der Kollege ist ein richtiger Brummer, der ist echt massiv, ist auch so ein bisschen geschuldet des konventionellen Motors, also ein Motor mit Kohlebürsten und die bauen ja nicht so kompakt wie die Brushless-Antriebe. Sieht man hier auch ganz klassisch, wenn ich hier ein bisschen Gas gebe, dann habe ich hier ein Funkenfeuer und es riecht auch so ein bisschen nach Abbrand der Kohlebürsten. Ganz klassisch, kennen sicherlich die meisten von euch. Interessant ist, hier sind die Verschraubungen für die Halterung der Kohlebürsten. Das heißt, wenn die verschleißen, kann ich sie relativ einfach wechseln und brauche das Gerät nicht komplett öffnen oder es dann einschicken. Also da haben Sie zumindest mitgedacht. Das Gerät von der Ergonomie liegt gut in der Hand. Was mir auffällt, ist wirklich die relativ umfangreiche Gummierung hier am Griff und der relativ kleine bzw. schmale Griffbereich hier. Das ist also auch für Leute, die vielleicht nicht so lange Griff haben, ganz angenehm. Ich habe hier auch im Griffbereich keine störenden Grate. Der Trigger hier, der Abzug, der liegt relativ gut in der Hand. Für mich könnte der etwas länger sein, aber das ist soweit okay. Die Gummierung geht dann auch hier oben am Gerät weiter und hier auch an den Seiten da zum Akku hin. Steht es auch ein bisschen über, sodass das Gerät nicht hier auf dem Akku aufliegt bzw. hier nicht auf den Drucktastern von der Akkuentriegelung. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass die Gummierung hier dann zwar vorhanden ist, aber gar nicht über das Getriebegehäuse hier rausgeht. Das heißt, wenn ich das Gerät auf den Tisch lege, dann ist es hier unten zwar auf der Gummierung, aber hier oben rutscht das auf den Kanten hier. Tja, hätte man meiner Meinung nach besser machen können. Bauart. Ich habe hier das Getriebegehäuse außen aus Metall. Drehmomentverstellung hier. Der Ring ist Kunststoff. Ich habe ein Gerät mit Zweiganggetriebe. Die Schaltbarkeit des Getriebes ist sehr gut. Der Griff bzw. der Schalter ist gut zu greifen, denke ich auch mit Handschuhen. Das ist abgerundet, das ist nicht scharfkantig und es ist wirklich leichtgängig. Meckern auf ganz hohem Niveau wäre, dass vielleicht die Entrastung des ersten oder zweiten Gangs nicht ganz definiert ist. Das federt hier so ein bisschen, aber das ist mehr so ein haptisches Feedback, was mir vielleicht so ein bisschen fehlt. Aber es ist nicht so, dass der Gang hier nicht reinflutscht. Also Schaltbarkeit wirklich gut. Austariert ist das Gerät für das Schrauben in dieser Position. Es ist vielleicht leicht kopflastig, obwohl ich hier schon den großen 5 Amperestunden Akku habe. Wenn ich jetzt einen kleineren Akku hätte, dann könnte er noch kopflastiger werden. Da muss ich sehen. Was ich allerdings auch hier merke, ist wirklich das Gewicht. Kommen wir gleich noch zu. Das ist eigentlich ein Schrauber, der wirklich für schwere Arbeiten geeignet ist. Aber für so kleine Arbeiten zwischendurch würde ich den schon mal nicht empfehlen, weil er wirklich zu den schwersten im Testfeld gehört. Wichtiges Thema beim Schrauben, denn was reingeschraubt wird, muss oft auch wieder rausgeschraubt werden, ist der Laufrichtungswechsel. Das erinnert mich hier so ein bisschen an Makita von der Schaltergröße. Was gut ist, ich habe das eigentlich gut erreichbar und meine Finger werden hier nicht irgendwo beschränkt durch das Getriebegehäuse, weil das wirklich auch oben abgesetzt ist. Ich habe hier genug Platz. Die Schaltbarkeit an sich ist okay. Ich würde mir einen etwas definierteren Druckpunkt wünschen, denn das ist hier gerade zum Ende etwas labberig, etwas undefiniert. Was positiv ist, die ganzen Lüftungsausströmer hier, die sind relativ fein verrippt. Da kann also so normal auch kein Bit oder eine Schraube reinfallen. Das ist ja, also ich denke, sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist aber im Testfeld nicht selbstverständlich. Sieht man ja manchmal. Was man hier bemängeln könnte, wäre, dass der Luftstrom nicht abgelenkt nach unten oder nach oben ist, sondern er ist wirklich hier zur Seite. Das heißt, wenn ich hier in Höhe meines Gesichts irgendwo an der Wand schraube, direkt daneben bin, dann hänge ich hier mit dem Gesicht im Luftstrom. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen ein bisschen unangenehm ist, weiß ich nicht für die Augen. Es gibt Schraube im Testfeld, die machen das ganz clever. Die ziehen die Luft hier an und blasen sie so aus. Das heißt, da bin ich hier gar nicht in der Luftströmung. Da frage ich mich mal, ob das Zufall ist oder Kalkül. Ich denke aber, da haben sich die Leute ein bisschen was bei gedacht. Sonst verarbeitungstechnisch machte auf mich einen gemischten Eindruck. Auf der einen Seite habe ich hier keine großartigen Grate, die störend sind. Auch im Dauerschraubtest ist uns das nicht so aufgefallen, dass das irgendwie zwickt in der Handfläche. Aber das ist im Detail so eine Sache, dass zum Beispiel die Aufkleber hier nicht richtig verklebt sind, passend, sondern die sind so ein bisschen schräg drauf. Passgenauigkeit hier der Gehäusehälften ist oben an sich ganz okay. Hier unten, da wo dann der Akku kommt, da sehe ich aber einen deutlichen Spalt. Das finde ich trübt so ein bisschen den ansonsten guten Gesamteindruck. Wenn ich nach unten gucke hier am Gerät, da habe ich hier einen Gürtelhalter. Der sieht so verkromt aus, glänzt. Die meisten sind ja eher matt. Ich habe hier eine Schraube, ich kann den also hier montieren oder problemlos auf der anderen Seite. Was ich nicht im Lieferumfang habe, ist ein Bit-Halter. Hier ist auch irgendwie nichts magnetisch. Was ich hier aber noch habe, ich habe eine Schlaufe. Das kenne ich von vielen Schraubern, die eher so im Kleinsegment sind. Hier habe ich das bei einem großen 18-Volt-Klopper. Ich habe hier eine Schraube und damit kann ich dann diese Schlaufe wohl auch entfernen. Der Hitachi Akkuschrauber bringt 46 Newtonmeter Drehmoment im weichen Schraubfall und 92 Newtonmeter im harten Schraubfall. Das heißt, hier haben wir schon etwas mehr Dampf zu erwarten und deswegen ist auch der Zweithandgriff wichtig. Auch immer wieder die Empfehlung, wenn ihr schwerere Arbeiten macht mit einem Gerät dieser Leistungsklasse und ihr denkt, naja, passiert schon nichts, weil so groß ist ja die Schraube oder der Bohrer jetzt nicht, verwendet diesen Handgriff. Weil, wenn das Gerät mal blockiert, das ist wirklich schmerzhaft. Ich habe das selber schon erleben dürfen. Hätte mir fast das Handgelenk gebrochen. Auch aus letztendlich Unachtsamkeit, weil ich den Griff einfach vergessen hatte und dachte, das wird schon gut gehen. Wo dem, der dann eine Sache hat, wie bei dem Bosch, diesen Kickback, diese Kickback-Control, wo das Gerät dann einfach schnell ausschaltet. Das haben aber die wenigsten Geräte. Der zweite Angriff ist komplett aus Kunststoff. Wird hier aufgeschoben, dann zugedreht. Das geht an sich ganz gut. Positiv fällt mir auf, dass der Griff in der Länge, fast der gesamte Griff schon, also als Griffstück ausgeformt ist. Das heißt, wenn ich hier meine Hand ansetze, dann habe ich hier wirklich auch Spielraum, verschiedene Positionen zu greifen. Den etwas näher hier am Gerät oder etwas weiter außen. Ich habe auch hier keine scharfen Gussgrate. Es ist nicht gummiert, aber fasst sich so an sich ganz ordentlich. So ein bisschen schade. Ich kann jetzt schlecht an die Drehmomenteinstellungen rankommen, beziehungsweise bin so ein bisschen gehandicapt, weil das Ding hier relativ weit aufbaut. Ich kann aber den Griff auch verschiedentlich in diesen Zwischenpositionen arretieren. Das geht nicht bei allen Griffen im Akkuschrauber-Testfeld. Ich hatte schon angedeutet, dass der Hitachi ein richtiger Klopper ist, was das Gewicht anbelangt. Und was sagt die Waage? Komplett mit Akku ohne Bit-Halter 2392 Gramm, also rund 2,4 Kilo. Der Akku selbst wiegt 661 Gramm. Damit ist er als 5 Amperestunden Akku relativ im Mittelfeld. Es gibt schwere, es gibt leichtere. Ja, passt soweit. Akkuschrauber wäre nichts ohne einen Akku, also heißt der Akkuschrauber eine tolle Erkenntnis. Wir haben hier im Lieferumfang die 5 Amperestunden Akkus. Es gibt von Hitachi aber auch 4 Amperestunden. Es gibt 3 Amperestunden, 2,5 Amperestunden und 1,5 Amperestunden Akkus in der 18 Volt Klasse. Als Ladegerät gibt es bei dem Hitachi einen Multilader. Multilader in dem Sinne, dass er die 14,4 Volt Akkus als auch die 18 Volt Akkus laden kann. Das Gerät sieht relativ zweckmäßig hier aus, würde ich es mal beschreiben. Relativ schmucklos, schwarzes Kästchen. Kabelführung ist nach hinten raus. Ich habe leider keine Möglichkeit, das hier an die Wand zu bringen. Zumindest, wenn ich hier nicht von oben durchschrauben will. Das Gerät selbst hat einen Ladestrom von 3,5 Ampere. Die Ladezeit blenden wir euch gerade mal ein. Auffallend ist, das Gerät hat bereits eine aktive Kühlung, obwohl es mit 3,5 Ampere Stunden Ladestrom recht moderat noch unterwegs ist. Andere Geräte haben teilweise 6 Ampere oder auch 8 oder 9 Ampere Ladestrom. Da macht ein Lüfter sicherlich durchaus Sinn. Hier ist er dabei. Schaden tut es nicht, weil er die Temperatur sowohl des Akkus als auch des Ladegeräts beziehungsweise des Ladereglers hier niedrig bleibt. Aber was mir hier auffiel, ich habe fast 60 Dezibel Schalldruck, also Lautstärke, in einem Abstand von rund einem halben Meter. Das ist relativ laut. Das Handling der Akkus ist, wenn ich den Akku hier einschiebe, klar, ich muss das Gerät so fixieren. Ich habe keine Rastung, das heißt, das Gerät rastet hier nicht ein. Das hat aber auch den Vorteil, ich brauche beim Entnehmen des Akkus nicht die Taster hier drücken. Die werden hier auch ein bisschen verdeckt und ich kann den Akku einfach rausziehen. Anschlüsse hier sind verdeckt, das ist ganz ordentlich. Wie sieht es am Gerät aus? Ich habe hier die Stromschienen, die sind ordentlich ausgeführt, relativ groß. Und das Handling des Akkus ist von vorne eigentlich unspektakulär. Am liebsten habe ich es, wenn ich hier einen Entriegelungsknopf nach vorne habe. Den kann ich so schön mit dem Zeigefinger drücken und dann rausziehen. Hier muss ich einfach zwei Entriegelungsknöpfe drücken. Ist jetzt auch nichts Dramatisches. Passt soweit. Akku selber ist allerdings nicht gummiert. Das heißt, wenn das Gerät hier auch auf der Fläche steht, können Kratzer entstehen oder das Gerät kann rutschen. Müsst ihr entscheiden, ob das für euch ein Merkmal ist, positiv wie negativ. Es gibt ja sogar Leute, die haben mir schon geschrieben, sie finden es gut, wenn das Gerät rutscht, weil man kann es auf dem Gerüst mal eben dem Kollegen rüberschieben, nur in die richtige Richtung schieben. Nicht, dass das Gerät vom Gerüst fällt und jemand anders auf den Kopf. Was bei den Hitachi Akkus schade ist, die haben keine Ladezustandsanzeige. Das heißt, ich kann den Ladezustand des Akkus nur erkennen, wenn ich den ins Gerät einlege bzw. mit dem Gerät verbinde. Das ist aus meiner Sicht nicht so doll und nicht mehr zeitgemäß. Aber würde mich mal interessieren, ist das für euch ein K.O.-Kriterium? Wenn Akkus heutzutage keine Ladezustandsanzeige mehr haben, bitte mal in die Kommentare schreiben. Eure Meinung, eure Erfahrung oder ist euch das eigentlich egal? Genau. Thema Drehmomenteinstellung. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, was in den Zuschauerkommentaren so ein bisschen hitzig diskutiert wird. Brauche ich das überhaupt? Viele schreiben mir, dass sie das gar nicht nutzen, sondern immer nach Gefühl, also mit Bohrstufe-Schrauben und dann mit Gefühl, entsprechend die Leistung anpassen, dass die Schrauben bündig sitzen. Bei den Brushes-Schraubern ist die Drehmomenteinstellung in der Regel elektronisch über den Regler des Motors gemacht. Und ja, hier haben wir das mechanisch. Oldschool ist eigentlich auch aus meiner Sicht mit immer noch das Beste, weil das Ding funktioniert zuverlässig. Bei den elektronischen Regelungen ist es oft so, dass die Stromspitze gemessen wird, dann wird abgeschaltet. Aber um die Stromspitze zu messen, wird erstmal Leistung auf Vollgas gegeben und dann ist die Schraube oft weg. Das habe ich euch auch in den letzten Tests mal gezeigt. Ich glaube, das war beim Dewalt oder auch beim Milwaukee, wo ich im Prinzip kleine Schrauben gar nicht auf Drehmomenteinstellung schrauben kann. Hier ist es so, ich habe die Einstellung 22-stufig von 1 bis 22 und im ersten, auf der ersten Stufe, ist die Leistung auch so moderat, dass ich auch kleine Schrauben bündig noch einschrauben kann. Die Drehmomenteinstellung selber passiert hier. Ich kann diesen Ring gut greifen, sowohl von unten als auch von oben. Der fühlt sich allerdings so ein bisschen, ja, also ist jetzt von der Rückmeldung hier, von der Rastung nicht absolutes Top-Liga. Wenn ihr euch mal die Kollegen hier anschaut, Makita oder auch der große Bosch, da ist das schöner gelöst. Das macht insgesamt einen wertigeren Eindruck. Es ist leichter, es klickt und die Ringe haben hier auch nicht so viel Spiel. Der klappert etwas, das heißt, die gefühlte Wertigkeit ist hier beim Hitachi nicht wirklich in der Oberliga, für meine Begriffe. Bohrfuttermäßig haben wir hier einen Schnellspann-Bohrfutter verbaut. Logisch, denn die Zeiten, wie bei dem ersten Akkuschrauber, den es gab, hier bei dem Makita mit Bohrfutterschlüssel, die sind natürlich schon lange vorbei. Wir haben hier einen Spannbereich angegeben von 1,5 bis 13 mm und das passt auch. Der 1,5er Bohrer greift hier gut. Auch nicht selbstverständlich, soll man sich wundern, hatten wir ja auch schon, dass Bohrern nicht passten oder der Spannbereich nicht entsprechend passte. Ich würde hier vermuten, von der Anmutung, hier steht zwar nichts drauf, aber hier das Bohrfutter außen erinnert mich an die Röhm-Metall-Schnellspann-Bohrfutter. Qualitativ ist das Ding wirklich okay. Der Ring hier vorne ist aber etwas breiter als bei den anderen Röhm-Futtern und der dreht auch nicht mit. Das heißt, ich kann es euch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es ein Röhm ist. Ich vermute das, wer es genauer weiß, bitte mal in den Kommentaren melden. Der Rundlauf ist einigermaßen okay. Was auffällig ist, dass das Futter, bzw. die Spindel hier, relativ viel axiales und radiales Spiel hat. Laufgeräusch des Schraubers ist von der Charakteristik nicht unangenehm. Die Lautstärke haben wir gemessen. Blenden wir euch gerade ein. Unsere Messwerte waren 94,3 im ersten und 95,4 dB im zweiten Gang. Bremse wirkt relativ hart, greift relativ hart beim Stoppen, aber auch nichts Dramatisches. Ebenfalls haben wir wieder geschaut und gemessen, ob der Kollege hier seine Versprechungen wahrmacht, was die Drehzahl anbelangt. Da haben wir ja schon so einige gehabt, die da deutlich untertreiben. Wir hatten ja auch schon Akkuschrauber, die allerdings eher Understatement betrieben haben und dann von den Messwerten deutlich besser waren. Also, was hat der hier zu bieten? Die Werksangaben sind bemerkenswert niedrige 350 Umdrehungen im ersten Gang und 1600 Umdrehungen im zweiten Gang. Damit ist er auch im zweiten Gang nicht besonders schnell. Die meisten Kandidaten im Testfeld machen ja so um die 2000, 2000 Umdrehungen als Zweiganggeräte im großen Gang. Aber dafür ist der Hitachi eine relativ ehrliche Haut. Wir haben nämlich gemessen im ersten Gang 328 Umdrehungen. Die Drehzahl im zweiten Gang haben wir gemessen mit 1521 Umdrehungen. Der Hitachi Akkuschrauber hat ebenfalls eine LED zur Arbeitsstellenbeleuchtung, damit ich gut sehe, da wo ich schrauben oder bohren muss. Eine Besonderheit hier ist aber, das ist so ein bisschen oldschool, ich muss die LED manuell hier einschalten über den Schalter am Fuß des Geräts. Dazu kommt, dass die Tasten, das ist so eine Folientaster, die sind vom Druckpunkt nicht so dolle. Vom Feedback hier finde ich nicht so gut. Aber wie gesagt, mich würde am meisten stören, dass ich das Licht selber an- und ausschalten muss. Die Beleuchtungsstärke haben wir wie immer gemessen, blenden wir euch gerade ein. Ausleuchtung war so weit in Ordnung. Ich würde sagen, genug der grauen Theorie, jetzt geht es mal wieder in den Praxisteil. Und wir fangen wie immer an mit der Lochsäge, mit dem 50er Forstner und mit dem 35er Schlangenbohrer. Wie man hier sieht, auch bei den Praxistests hier beim Bohren oder mit der Lochsäge, da hat er überhaupt keine Probleme. Der hat Power, dafür ist er gemacht. Also hier gibt es durchaus einen Daumen hoch. Traditionell wieder unser Speedtest hier mit den 8x120er Tellerkopfschrauben auf Geschwindigkeit. Die Schrauben sind alle hier gleichmäßig, gerade so viel im Holz, dass die nicht umkippen, kann man das so sagen. Akku ist frisch aus dem Ladegerät, randvoll. Der Schrauber ist im zweiten Gang. Das schafft er im zweiten Gang, sollte er schaffen. Und dann würde ich sagen, die Zeit läuft unten mit und dann geht es auch schon los. Und dann würde ich sagen, die Zeit läuft unten mit und dann geht es auch schon los. So, Zeit haben wir euch unten eingeblendet und ja, soweit relativ problemlos. Mir kam das so vor, als wenn er schon teilweise ein bisschen zu kämpfen hatte im zweiten Gang. Ja, aber ansonsten Erwärmung kaum, alles gut soweit. Beim Ausdauertest war ich eigentlich beim Hitachi sehr gespannt, denn er hat ja eine sehr kurze Untersetzung. Im ersten Gang rund 350 Umdrehungen. Das spricht ja eigentlich für sehr viel Kraft und ich dachte mir auch Ausdauer. Aber er hat nur in Anführungsstrichen 534 Schrauben geschafft. Damit leuchtet er deutlich unter einigen anderen Kandidaten, die ja teilweise fast das Doppelte geschafft haben. Und vielleicht ganz interessant, ein Zuschauer hat uns geschrieben, Mensch, warum schreibt ihr nicht die geschraubten Schrauben pro Amperestunden Kapazität? Damit man das besser vergleichen kann, wenn jetzt mal ein Schrauber 5,5 oder 5,2 oder 6 Amperestunden Akkus hat, habe ich mir gedacht, super Tipp und das machen wir jetzt auch. Und es wird ja auch noch die Zusammenfassung am Ende geben mit allen Schraubern nochmal nur die technischen Daten. Und da zeigen wir das auch nochmal. Ja, liebe Freunde des gepflegten Akkuschrauber-Tests, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wie immer geht es hier mit den richtigen Kollegen aus der Akkuschrauber-Branche los. Ich habe euch auch nochmal was mitgebracht, was wir dann noch so vorhaben bei unserem Power Shootout. Nämlich solche Foltergeräte, eine 10x800. Ja, die sind dann auch nicht mehr so ganz günstig und generell habe ich mal hier so festgestellt, dass hier an die 200 Euro in diesem Klotz hier schon verschraubt sind. Leute fragen mich auch, was machst du eigentlich mit den ganzen Schrauben nach dem Test? Ja, ich weiß es selber nicht und ich habe mittlerweile auf Halde schon tausende von den 5x60ern verschraubt. Und ich würde die auch gerne unters Volk bringen, aber ich habe gar keine Zeit, die wieder rauszuschrauben. Das heißt, ich muss mir das mal überlegen. Tja, vielleicht bei Ebay verkaufe Kiefernbohlen mit 1000 Schrauben reingedreht. Weiß ich nicht. Oder wir machen dann mal ein Zuschauertreffen und dann dürft ihr, wenn ihr Spaß daran habt, die Schrauben rausschrauben. Wer es als schnellster schafft, der darf die Schrauben mitnehmen oder sowas. Ich glaube, die Leute von Bosch hatten da gerade so eine Challenge. Da ging es auch um das Thema Schnellschrauben ins Holz schrauben. Ja, ich würde sagen, wie immer, wir fangen mit der 10x400 an. Früher hätte ich gedacht, Mann, was ein Riesenklopper. Mittlerweile hat sich das relativiert. Der Hitachi darf hier sein Glück im ersten Gang natürlich versuchen. Der ist ja recht niedrig übersetzt. 350 Umdrehungen, Werksangabe. Aber ich denke mal, er sollte mit dieser Schraube kein Problem haben. Schauen wir mal, was so geht. So, hier haben wir noch ein freies Plätzchen an der Sonne. Und dann geht es los. Drehmomentstufe natürlich auf Bohrstufe. Und dann schauen wir mal. So, ja, relativ problemlos. Schraube ist bündig eingelassen. Schraube hat nicht abgeschaltet. Irgendwelche ungewöhnlichen Gerüche. Ja, der ist eigentlich nicht mal richtig warm geworden. Da würde ich sagen, hat er sich qualifiziert für die 10x600er. Aber nehmen wir erstmal wieder einen neuen Akku. Gerade auch frisch aufgeladen. So. Hier hätten wir noch Platz. Ja. Ich glaube, ich muss hier mal so ein neues Setup basteln. Für den nächsten Test. Und los. Und los. So, jetzt geht's. Ja, also ich habe den jetzt richtig noch in das Holz reingewemmst. Jetzt wird er ein bisschen warm. Also Kraft hat der Kollege. Von daher würde ich sagen, hat er sich qualifiziert für das Power Shootout. Das gibt es demnächst. Ja, liebe Leute, was ist mein Gesamteindruck vom Hitachi Akkuschrauber, vom Hitachi DS18DSDL, wofür immer das auch steht. Ich finde, das Gerät ist für die gebotene Leistung relativ hochpreisig. Ich bin mit dem Gerät nicht so warm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es ja von den reinen Leistungsdaten jetzt nicht wirklich schlecht ist. Also ich würde jetzt von dem Kauf nicht abraten, aber ich finde, es gibt deutlich bessere Geräte, gerade in der Preisklasse, wenn man diese paar Ausstattungsdetails sich mal anschaut, die aus meiner Sicht nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Wie gesagt, ich muss fairerweise dazu sagen, es ist ein Gerät noch mit Bürstenmotor. Den Nachfolger, ob es der wirkliche Nachfolger ist, kann ich nicht mal sagen. Ich denke ja, das Gerät mit dem Brushless Motor, das steht uns noch nicht zur Verfügung. Vielleicht bekommen wir das ja nochmal, dann kann ich da nochmal einen Test nachliefern. Wäre vielleicht mal ganz interessant, um auch jetzt den Vergleich zu haben. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten macht euch selber euren Reim drauf. Ihr habt gesehen, was das Gerät kann, was es vielleicht auch nicht kann. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich liefere euch die Fakten, wie immer. In diesem Sinne war es mir wieder eine Freude, euch einen Akkuschrauber zu präsentieren. Schreibt mir gerne eure Meinung, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Auch das Abo nicht vergessen, falls es noch nicht passiert. Nächste Woche Freitag kommt wieder der Akkuschrauber-Test. Alle Links, alle Infos unten in der Beschreibung nachlesen. Den Akkuschrauber kann ich euch ausnahmsweise leider nicht schenken. Nicht in die Verlosungs-Wagschale werfen, weil den müssen wir wieder zurücksenden. Aber ich habe ja hier noch Forstner Bohrer, einen Bohrmax 2.0. Aus meiner Sicht wirklich super. Die Dinger nutze ich ja selber auch. In dem Sinne, schreibt mir eure Meinung zum Akkuschrauber mit dem Hashtag Akkuschrauber. Und unter allen Kommentaren suche ich mir einen aus. Werde ich bekannt geben, wer den bekommt in den übernächsten News. Also nicht die News, die jetzt am Montag um 19 Uhr kommen, sondern dann in zwei Wochen. Einschalten lohnt sich sowieso. Also kommentieren und dann eventuell habt ihr eine Chance, den zu bekommen. Also macht's gut, bis demnächst wieder einschalten bei uns auf dem Kanal. Bis dann.